Trauriges Hofwochen-Aus für Dietrich Max Helmut Kein Happy End für Landwirt Dietrich Max Helmut. Die Hofwoche bei Bauer sucht Frau endet für ihn mit einer bitteren Abfuhr. Die Hofwochen bei Bauer sucht Frau nähern sich langsam, aber sicher dem Ende und so manch ein Landwirt scheint dank Inka Bause, 55 und der RTL-Show sein Liebesglück gefunden zu haben. Zumindest schienen die letzten Folgen der Dating-Show für viele Bauern vielversprechend zu verlaufen. Bei Dietrich Max Helmut, 70, sieht es aber leider ein bisschen anders aus, denn Hofdame Susanne, 61, erteilte dem 70-Jährigen in Folge 8 eine bittere Abfuhr. Susanne bricht Hofwoche ab, mir fehlt der Funke. Dabei sah anfangs alles so gut für den Bauer sucht Frau Kandidaten aus. Auf dem Feld, im Stall und sogar beim Kuchenbacken in der Mikrowelle arbeiteten der Hobby-Pferdebauer und die 61-Jährige Hand in Hand. Doch für Susanne reichte das nicht für eine Beziehung. Sie erklärte, meine Gefühle sind nicht so stark wie seine. Kurzerhand suchte sie das Gespräch zu dem Landwirt mit dem ungewöhnlichen Namen und erteilte ihm einen Korb. Es war eine tolle halbe Hofwoche. Du bist wirklich ein toller Typ. Es ist aber ein bisschen sehr einsam hier für mich und mir fehlt auch der Funke. Die Enttäuschung stand dem RTL-Junggesellen ins Gesicht geschrieben. Doch ihm blieb letztlich nur, Susannes Entscheidung anzunehmen. Ich muss das jetzt akzeptieren, erklärte er geknickt. Untertitelung. Vielen Dank.